Hallo und herzlich willkommen bei TV Schatz. Heute möchte ich mal wieder einen Sekt probieren, beziehungsweise einen Piccolo natürlich, wie immer bei mir. Ich habe mich heute für das M&M-chen entschieden. Wie süß! Es gibt das M&M-chen, heute eben in der Variante extra trocken, beziehungsweise er ist nur trocken ausgebaut, aber bei M&M-chen nennt sich das ganz extra. Ja, warum auch immer, ist halt so. Kurz zur Firmengeschichte. Hinten auf der Flasche sieht man ja so ein Etikett. Mattheus und Müller, das ist eben das M&M, also das M&M-chen. Leider wurden die halt, was heißt leider, die wurden halt aufgekauft, auch von der Rotkäppchen-Gruppe und gehören, ich glaube, seit 2002 zur Rotkäppchen-Mumm-GmbH. Weder auf der Flasche noch im Internet wird man so richtig schlüssig, wie viel Restzucker zum Beispiel dieses M&M-chen hat, also es ist ein trockenausgebauter Sekt. Das heißt, nach den deutschen Vorschriften müsste er irgendwo zwischen 14 und 32 Gramm Restzucker auf dem Liter Sekt haben. Man weiß halt nicht, wie viel. Elf Volumenprozent Alkohol hat er und ja, ich muss mal kurz aufs Handy gucken, beschrieben wird er ein feinfruchtiger Cuvée mit elegant, spritzigen, unverwechselbaren, rassig trockenen Charakter. Da sind wir nochmal gespannt, was da jetzt ins Glas kommt. So, es ist schon mal sehr schön und er prickelt auch gleich ganz schön, so wie das sein muss bei einem Sekt. Wohlsein. 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 Das stimmt auf jeden Fall und er hat auch eine gewisse Rassigkeit, also so eine gewisse Bitternote. Das kann man auf jeden Fall diesen Sekt mit unterschreiben, das stimmt. Aber wie gesagt, ich finde ihn auch sehr cremig und perlich und ist auch mal was anderes. Wo findet man das schon in einem Piccolo? So eine gewisse Spritzigkeit. Das kenne ich ja eigentlich nur, lass mich kurz überlegen, vom Fürstmärter nicht Chardonnay. Also wenn ihr einen sehr günstigen, und das ist ja dieses M&M'chen, das ist ja eine sehr günstige Variante, einen sehr günstigen, trockenen, rassigen und gleichzeitig cremigperlichen Sekt sucht mit dem M&M'chen, seid ihr gut aufgehoben. Das war's mit meinem kurzen Video. Ich freue mich schon auf die nächste Verkostung und bis dann. Ciao!